Zunächst möchte ich Ihnen alles Gute für das neue Jahr wünschen und werde heute im thematischen Podcast für die Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft nur einige Eckpfeiler der funktionalen Syntax vorstellen, einige Akzente, da Sie bereits in der Einführungsvorlesung zum Seminar und durch die Grundlagenlektüre das meiste kennen und wissen werden. Zudem möchte ich mit Ihnen heute ein neues Tool ausprobieren, nämlich mit einem sogenannten Online-Pad. Dafür gibt es verschiedene Anbieter im Netz. Es ist möglich, dass Sie Aufgaben kollaborativ von daheim online gemeinsam bearbeiten und lösen. Für mich ist der Reiz daran, dass ich Ihre Fortschritte direkt nachverfolgen kann, auch wenn ich, wie diese Woche, nicht in Kiel sein werde, sondern auf einem Workshop. Aber wir können das Ganze dann in der nächsten Woche vergleichen. Als Grundlagenlektüre für GEMA möchte ich Ihnen unbedingt die Einführung in die Syntax von Christa Dürrscheid empfehlen. Hier lesen Sie bitte, wie im Bruder angegeben, die Seiten 29 bis 83 sowie 87 bis 105. Darüber hinaus konsultieren Sie bitte das Studienbuch, den Reader und den Podcast hören Sie bereits. In der nächsten Woche oder in dieser Woche, wie gesagt, findet keine Sitzung statt, sondern stattdessen eine Online-Übung. In der nächsten Woche, am 17.01. findet die Ergebnissicherung statt und es werden noch zwei zentrale Themen in dieser Sitzung behandelt werden, nämlich das sogenannte Stellungstördermodell und die Hierarchie-Komplexversatz-Knüpfungen-Verbindungen. Doch zunächst zur Einführung in die Syntax. Auch diese wird wieder wesentlichen Punkten folgen. Das hat sich aus meiner Sicht bewährt und sorgt auch dafür, dass ich das Material für den Podcast entsprechend noch einmal aufbereite und Ihnen nicht einfach Einführungsfolien, Präsentationen zeige und abbilde, sondern das Material für Sie noch einmal strukturiere. Zuerstens, allen systematischen Differenzierungen in der Analyse liegt die basale Unterscheidung zwischen Form und Funktion von segmentierbaren Einheiten zugrunde. Voraussetzung ist dafür zunächst, dass man eine Einheit oder die eine Einheit von einer anderen Einheit unterscheiden kann, das heißt, diese segmentiert und offensichtlich ihre Alleinstellung, ihre Form wahrnimmt. In der Abbildung sehen Sie einen Knopf, von dem Sie erstmal nur die Form beschreiben können, nämlich erst rund und offensichtlich eingelassen in ein Gehäuse, möglicherweise oder ein Schild. Erst wenn Sie sich das Spezifische anschauen, sehen Sie, dass dieser Knopf offensichtlich auch eine Funktion hat. Er dient zum An- und Ausschalten eines Gerätes. Diese basale Differenzierung zwischen Form und Funktion wird immer wieder begegnen und macht den meisten Studierenden, auch in der Analyse sprachlicher Zeichen, große Probleme. Man könnte diese Basalunterscheidung jetzt, wie wir das tun wollen, im Bereich der Syntax auf sprachliche Einheiten beziehen. So können wir sagen, dass der Knopf hinsichtlich seiner Form ein Nomen ist. Genauer gesagt ist der Knopf in seiner Verbindung an der Nominalfrase im Nominativ. Währenddessen im Satz der Knopf ist ab. Die Nominalfrase der Knopf die Funktion des Subjektes des Satzes einnimmt. Zwei. Die zentrale sprachliche Einheit grammatischer Analyse ist der Satz. In der Schule haben Sie den Satz kennengelernt als eine Einheit, die ein finites Verb aufweisen muss und in der es in der Regel einen referierenden Teil, also ein Subjekt gibt und einen Prä... Allerdings fehlt es alles in der Abbildung. Dort folgt ein Brief oder ein Kasten, einen anderen Kasten, nämlich ein Briefkasten. Aber ein Keks möchte mit der einfachen Frage Keks. Das Ganze entbehrt natürlich nicht einer gewissen Komik, aber mir geht es hier um den satzwertigen Ausdruck, das Satzequivalent. Sie wissen aus der Alltagssprache oder Ihren alltäglichen Erfahrungen, dass Sie jedes Wort, das dürften Sie auch aus der Phonologie und Phonetik mitgenommen haben, je nach Betonung als Frage gestalten können. Sprechen Sie Keks mit der Intonation des Fragesatzes aus, Keks, dann benötigen Sie kein finites Verb und Sie benötigen kein Subjekt dieses Satzes, um einen satzwertigen Ausdruck zu realisieren, der hinsichtlich seiner kommunikativen Funktion absolut verständlich ist. Deswegen ist auch die Definition des Satzes, je nachdem aus welcher Beschreibungstradition, linguistischen Beschreibungstraditionen Sie herkommen, und je mehr Sie sich auf pragmatische Aspekte, also Aspekte des Sprachgebrauchs stützen, je unterschiedlich definiert und stimmt. Man geht heutzutage in der Regel davon aus, dass ein Satz eine grammatische Einheit ist, die potenziell autonom ist und kontextfrei erkennbar ist als Satz, als satzwertiger Ausdruck. 3. Grundlegend für die Grammatik sind die Prinzipien der Syntagmatik und Paradigmatik. Kommen wir noch einmal auf unser erstes Beispiel zurück. Der Knopf ist ab. Hier haben wir eine Reihenfolge sprachlicher Einheiten, die miteinander auf einer Ebene geordnet sind, und diese stehen in wechselseitigen Relationen zueinander. So ist konkurrieren der Kopf mit der Verbform. Hier eine Form von Sein oder dritten Person, Singular Presence, Indikativ. Wie mit ab umzugehen ist, ist tatsächlich fraglich. Es verhält sich hier ähnlich wie die Tür ist zu. Das Fenster ist auf und der Status von ab oder zu ist tatsächlich umgeklärt und grammatisch umstritten. Davon abgesehen ist es aber so, dass hier quasi ein Syntagma abgebildet wird, also eine Reihung. Sie können aber der Knopf durch andere einsprachliche Einheiten ersetzen, quasi hier in paradigmatischer Orientierung und Sätze formulieren wie Der Kopf ist ab. Besser wäre natürlich, der Kopf ist hell. 4. In der grammatischen Analyse werden syntaktische Kategorien, nämlich die Form und syntaktische Funktionen, unterschieden. Schauen wir uns zunächst die syntaktischen Kategorien an. Der Kopf ist offensichtlich eine sprachliche Einheit, die mehrteilig ist. Schaut man sich die lexikalischen Kategorien an, nämlich die Wortarten, dann ist diese sprachliche Einheit zerlegbar in einen Artikel und ein Nomen. Hier ist es erkennbar, dass es ein Nomen oder eine Nominalfrase, das wäre dann die phrasale Kategorie, im Nominativbild ist. Und diese bilden die größeren Einheiten innerhalb satzwertiger Ausdrücke. Schauen wir auf die syntaktischen Funktionen. Im Satz, der Knopf ist ab, übernimmt die Nominalfrase im Nominativ, der Knopf, die in die lexikalischen Kategorien des Artikels Der und des Nomens Knopf zerlegt werden kann, die Funktion des Subjekts. Das Subjekt oder auch andere syntaktische Funktionen sind relationale Begriffe, denn sie sagen immer etwas darüber aus, in welchem Bezug eine sprachliche Einheit zu einer anderen steht. Hier steht der Knopf in einem spezifischen Verhältnis zum Verb oder zum Prädikat des Satzes. So ist im Satz, der Knopf ist ab, die Nominalfrase, der Knopf, Subjekt. Und steht im Vorbereich dieser Relation, während das Verb im Nachbereich der Relation steht. Fünf Phrasalkategorien bestehen aus Subkonstituenten und bilden selbst Konstituenten. Der Kern der Phrase legt die Kategorie der Phrase fest. Ein Problem ist in dieser Einführung gewissermaßen, dass sie noch ohne Konstituentenstrukturgrammatik, ohne Valenzgrammatik und ohne Dependenzgrammatik in die Syntax eingeführt werden. Diese speziellen grammatischen Schulen werden Ihnen im zweiten Semester begegnen. Und hier wird detailliert auch noch einmal auf die Konstituentenstruktur eingegangen. Hier an dieser Stelle soll es nur genügen, dass Sie wissen, dass die Konstituenten selbst innerhalb von sogenannten Konstituentenstrukturbäumen die Knoten darstellen, anhand deren sich bestimmte Zusammenhänge sprachlicher Einheiten zeigen lassen können. Nehmen wir den Beispielsatz, wo bereit wusste offenbar seit Wochen von der erneuten Verschiebung, nämlich der Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg. Der Präpositional-Phrase, dann lassen sich hier zum Beispiel die Phrasen bestimmen, der Nominalfrase, der Präpositional-Phrase und der Verbal-Phrase. Entscheidend ist, wie gesagt, dass der Kern der Phrase, nämlich eine Wortart, die für die Phrase entscheidend ist und für ihre Form im Wesentlichen verantwortlich ist, die Kategorie der Phrase festlegt. Bitte lesen Sie sich unbedingt zu diesem Komplex in die Syntax von Christa Dürschheit ein und eine vollständige Liste der Phrasen für das Seminar liegt Ihnen auch im Reder zum Seminar vor. Sechstens, Satzglieder und Satzgliedteile als Satzfunktionen lassen sich durch verschiedene Tests ermitteln und segmentieren. Das möchte ich mit Ihnen ganz gerne an einem vorgestellten Beispielsatz illustrieren. Im Wesentlichen werden drei unterschiedliche Testverfahren benannt und genutzt, nämlich die Verschiebeprobe, Permutation, die Ersatzprobe, Substitution und die Wecklastprobe, die Reduktion. Kennzeichen von Satzgliedern ist, dass Sie sich in satzwertigen Ausdrücken verschieben lassen. Das wollen wir kurz versuchen. Der Ausgangssatz war, Wurrwereit wusste offenbar von der erneuten Verschiebung. Jetzt ist es möglich, alle Teile dieses Satzes zu verschieben und Einzelteile herauszuarbeiten. Dann probieren wir das und erhalten den Satz von der erneuten Verschiebung, Wurrwereit offenbar. Dann stellen Sie fest, dass Sie sich alle Glieder des Satzes verschieben lassen, mit Ausnahme des Verbs, also der von Ihnen Verbform wissen, also hier in der dritten Person am Präteritum Indikatisch, Wurrwereit wusste, das führt uns im Wesentlichen auf die Satzform und die Satzart zurück. Doch dazu kommen wir an einem späteren Zeitpunkt. Sie können diese Teile, die Sie gerade durch eine Verschieberprobe ermittelt haben, auch ermitteln, indem Sie eine Substitution, also eine Ersetzung vornehmen. Das probieren wir hier an dieser Stelle einmal. Von der wiederholten Verschiebung hat der Wurrwereit wahrscheinlich Kenntnis. Hier wird das Verb Wissen durch ein Funktionsverb ersetzt, oder Funktionsverbgefüge ersetzt, hat Kenntnis, das Sie nicht ohne weiteres aufspalten können. Es sind aber auch größere Verschiebungen, die dann auch die Satzaussage verändern, denkbar, indem Sie beispielsweise das aus dem Aktiv ins Passiv wechseln. Wie im Satz von der vierten Verschiebung wurde der Regierende Bürgermeister Berlins sicher unterrichtet. Eine letzte Möglichkeit, und mit dieser können Sie vor allen Dingen die nicht restriktiven Attribute und Adverbiale eines Satzes ermitteln, ist die sogenannte Wecklassprobe, die Reduktion. Von der Verschiebung Wurrwereit. Offenbar ist also hier ein Adverbial einzustufen, und ebenso weglasbar ist das Adjektivische Attribut vor Verschiebung. Sieben, spartige Einheiten übernehmen in satzwertigen Ausdrücken syntaktische Funktionen als Satzglieder- und Satzgliedteile. Die Teile, die wir eben durch die Tests ermittelt haben, nämlich Wurrwereit wusste offenbar seit Wochen von der erneuten Verschiebung, lassen sich unterschiedlichen Funktionen im Satz zuordnen. Wurrwereit ist das Subjekt, wusste das Prädikat. Von der erneuten Verschiebung hier ein Präpositionalobjekt. Erneuten wäre ein adjektivisches Attribut. Offenbar ist ein Kommentar- bzw. Satzadverbial und seit Wochen ein Temporaladverbial. Kommen wir zu den Satzgliedern und Satzgliedteilen im Besonderen. Zunächst können wir also das Prädikat segmentieren, das ist zentral für die Satzaussage und das ist das, was vom Subjekt prädiziert wird. Eine zweite Gruppe bilden das sogenannte Subjekt und die Objekte. Das Subjekt, hier in unserem Beispiel Wurrwereit, ist eine Nominalfrase im Nominativ und sie tritt im Vorfeld des Satzes auf, das heißt in der Regel vor dem infiniten Verb. Ganz anders als die Objekte. Diese können Nominalfrasen im Akkusativ, im Dativ, im Genitiv sein und sie treten im Mittelfeld des Satzes auf, also nach der finiten Verbform. Das werde ich Ihnen im Ausblick auf die nächste Sitzung noch illustrieren. Eine besondere Form ist das sogenannte Präpositionalobjekt. Das Besondere ist hier, dass es eigentlich eine Präpositionalphrase ist, aber mit einer semantisch leeren Präposition, die nicht austauschbar ist und ursprünglich lokalen Ursprungs ist. Auch dieses Präpositionalobjekt erscheint in der Regel im Mittelfeld des Satzes. Prädikative Glieder stellen eine Sonderform dar, sie beziehen sich auf ein anderes Satzglied und meist in Bezug auf das Subjekt, zumindest mit den typischen Coppola-Werben Sein, Bleiben und Werden, also Beispielsätze sind Er ist Lehrer, er wird Lehrer, er ist schön, er wird beliebt sein und es sind alles Formen, die von der normalen Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt abweichen insofern, als wenn Nominalfrasen als Prädikativum auftreten, diese zum Beispiel als Nominalfrasen im Nominativ realisiert sind, also Peter ist Lehrer. Die Unterscheidung, was in dem Satz Peter ist Lehrer als Subjekt und als Prädikativum zu gelten hat, ist nicht ganz einfach. Das können Sie auf der formalen Seite und vor allen Dingen auf der funktionalen Seite mit dem Beschreibungsinterimentarium, was wir Ihnen jetzt hier vorstellen oder ich Ihnen hier vorstelle, nicht lösen. Dafür sind semantische Differenzierungskriterien notwendig und das sogenannte Agentivitätsgefälle spielt dann eine Rolle und das wir im Seminar gern besprechen können, aber für das hier im Moment die Zeit fehlt. Eine große Gruppe der Satzglieder bilden die sogenannten adverbialen Glieder. Sie sind häufig weglasbar und sie lassen sich inhaltlich, das ist eine Besonderheit, weiter klassifizieren. So entscheidet man zwischen lokalen, temporalen, modalen und kausalen Adverbialen. Das sind die häufigsten. Eine vollständige Liste der Adverbiale finden Sie im Rieder zum Seminar. Die zähle ich Ihnen hier nicht auf. Und in der einschlägigen Literatur. Diese müssen Sie allerdings differenzieren können in der Analyse von Beispielsätzen. Ich werde Sie dann für die Übungsaufgabe noch einmal darauf hinweisen. Wie gesagt, sind diese weglasbar, stellen also, während Subjekte und Objekte und prädikative Glieder Verbergänzungen sind, sind adverbiale Glieder freier Angaben und damit weglasbar. Durch den sogenannten Reduktionstest, wie vorhin schon vorgeführt. Alle Attribute sind keine Satzglieder, sondern Satzgliedteile. Sie bestimmen immer eine Bezugseinheit näher und sind entweder restriktiver oder nicht restriktiver Natur. Wenn Sie nicht restriktiver Natur sind, sind Sie weglasbar. So gut wie alle adjektivischen Attribute sind also weglasbar, also nicht restriktiv. Allerdings nur bestimmte Nebensätze haben diese Qualität. So sind es bestimmte Relativsätze, die Sie auslassen können. Wenn wir das an unserem Beispielsatz noch einmal illustrieren, können wir den Satz bilden. Wovereit, der noch immer Berlin regiert, wusste offenbar von der Verschiebung der Eröffnung des Flughabens. Der Relativsatz, der noch immer Berlin regiert, ist auslassbar, ohne dass sich die Bedeutung des Satzes verschiebt. Andere Attributsätze hingegen können Sie nicht beliebig ersetzen. Eine Besonderheit des Attributs, als ich hatte schon jetzt die adjektivischen Attribute genannt und die Attributnebensätze, sind das Genitivattribut, also der Bürgermeister Berlins, oder Präpositionalattribute wie der Bürgermeister von Berlin oder die sogenannte enge Opposition der Bürgermeister Klaus Wovereit, sind weitere typische Formen für das Attribut. Kommen wir nun zu den Satzformen und zu den Satzarten. Auch hier ist die Unterscheidung zwischen Form und Funktion grundlegend für die Differenzierung. Und achtens, Sätze werden hinsichtlich der Form und der Art unterschieden. Schauen wir uns zunächst die Form an. Hier gibt es zwei wesentliche weitere Differenzierungen, nämlich erstens nach der Erstellung des finiten Verbs unterscheidet man Stirnsätze, Kernsätze und Spannsätze. Und man gliedert Sätze hinsichtlich ihrer Komplexität in einfacher Sätze, das sind die Beispiele, die wir uns heute angeschaut haben, in Satzzusammengesetzte Sätze und hier spezieller nach Satzverbindungen, Satzgefügen und Satzperioden und der Möglichkeit des Satzes Äquivalenz, also das heißt einem satzwertigen Ausdruck wie dem eingangs diskutierten Beispiel Keks oder Kekse. Blicken wir auf die Art, auf die Satzarten, dann geht es hier hauptsächlich um die Hauptverwendungsweisen von Sätzen, die ermittelt werden auch anhand von bestimmten syntaktischen Mustern. So unterscheiden wir den Aussagesatz, den Fragesatz, den Aufforderungssatz, den Wunschsatz und den Ausrufesatz. Am häufigsten, auch hier besprochen, ist der sogenannte Aussagesatz. Auch in der Beispielübung werden Sie hauptsächlich Aussagesätze vorfinden. Hier ist das Entscheidende, dass das Verb, Finite Verb, die linke Satzklammer bildet, Wunschbereit wusste von der Verschiebung. Für den Fragesatz sind zwei Formen zu unterscheiden, nämlich einmal die Ergänzungsfragen, die mit einem Interrogativpronomen eingeleitet sind, dem das Verb folgt, zum Beispiel in Was wusste Wunschbereit von der Verschiebung und die andere Form ist die sogenannte Entscheidungsfrage und hier bleibt das Vorfeld leer und das Verb erscheint an erster Stelle Wusste Wunschbereit von der Verschiebung. Eine weitere Art ist der sogenannte Aufforderungssatz. Hier erscheint das Finite Verb im Imperativ an der ersten Stelle, ist also wie die Entscheidungsfrage der Form nach einem Stirnsatz. Wisse von der Verschiebung könnte man Wunschbereit zurufen oder allen anderen, die bisher davon nichts wussten, was vielleicht auch besser gewesen wäre. Der Wunschsatz wird durch Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 realisiert und der Ausrufesatz kann unterschiedlichste Formen haben und steht dem Imperativsatz sehr nahe. Das sind die Grundlagen für die Einführung in die Syntax des einfachen Satzes. Ich habe Ihnen ganz kurz den Überblick gegeben über die phrasalen Kategorien und die syntaktischen Funktionen. Nichtbesprochen ist bisher ein für komplexere Sätze. Das klang kurz in der Beschreibung oder Differenzierung nach Satzformen an und auch das Stellungsfelder-Modell haben wir uns nicht angeschaut. Auch hier ist die Differenzierung bei den Satzformen und Satzarten bereits darauf eingegangen. Ich möchte Ihnen ganz kurz hier noch einmal vier Beispielsätze vorstellen, in denen Sie sich das Stellungsfelder-Modell schon einmal näher betrachten können, bevor wir in der nächsten Woche darauf detailliert eingehen. Wesentlich ist hier die Frage, in welcher Position erscheint das Finite Verb. In den meisten Sätzen steht das Finite Verb in der sogenannten linken Satzklammer. Haben wir ein mehrteiliges Prädikat erscheint, der zweite Teil des Prädikats der Nichtfinite in der sogenannten rechten Satzklammer. Im Mittelfeld können unterschiedliche sprachliche Einheiten stehen. In der Regel ist es der Platz für sämtliche Objekte. Wie Sie aber an den Beispielen sehen, können unterschiedliche Satzformen und Satzarten ganz unterschiedliche Ausprägungen im sogenannten Stellungsfelder-Modell haben. Der erste Satz hat wohl bereits von der Verschiebung gewusst, ist eine Entscheidungsfrage. Sie sehen hier, dass wir ein mehrteiliges Prädikat haben, aufgrund dessen, dass es eine veränderte Zeitform ist. Also das heißt, es ist hier perfekt realisiert. Das nächste Beispiel sehen Sie offenbar als Satzadverbial im Vorfeld des Satzes. Offenbar wusste, wo bereit von der Verschiebung. Offenbar kann hier im Vorfeld auftreten, da es ein Satzadverbial ist und beliebig verschiebbar. Wissen, das sehen Sie auch, steht hier an Verbzweistellungen, ganz typisch für das Deutsche. Sie könnten nicht den Satz bilden, offenbar, wo bereit wusste von der Verschiebung. Das wäre ein grammatischer Satz. Das nächste Beispiel ist eine Ergänzungsfrage mit Interrogativpronomen. Was könnte wo bereit von der Verschiebung wissen? Im letzten Beispiel sehen Sie einen komplexen Satz mit einem Objektnebensatz. Denn Sie können danach fragen, was hat wo bereit offenbar gewusst, dass die Eröffnung verschoben wird. Und dieser Objektnebensatz hat hier Satzgliedqualität. Wo bereit, denn Sie können den Hauptsatz nicht bilden, wo bereit hat offenbar gewusst, ohne ein Objekt zu realisieren. Und insofern ist dieser Objektnebensatz applikatorisch an Natur. Damit sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, nämlich, dass in die syntaktischen Analysen arbeitet man sich am besten durch umfangreiche Übungen ein. Tatsächlich ist es so, dass das Erlernen von syntaktischen Funktionen und Relationen Ihnen nicht weiterhilft. Sie müssen konkret am Material arbeiten, um mit den Problemen und Schwierigkeiten in der Analyse konfrontiert zu werden, um die Nuancen und Feinheiten in der Analyse selbst quasi am praktischen Beispiel nachzuvollziehen. Und ich möchte Sie bitten, die beiden Übungsaufgaben, die unter diesem Video auch in den Blogartikel eingebildet sind und Online-Pad für Sie zur Verfügung stehen, bis zum 17.01.2013 zu lösen, möchte Sie bitten, das online zu tun, das heißt so, dass ich auch Ihre Lösungen und Ihre Schritte dahin nachvollziehen und möglicherweise kommentieren kann. Haben Sie bitte Vorsicht, sind die Aufgaben einmal gelöscht, sind sie weg und müssen neu gesetzt werden. Das heißt, seien Sie bitte sorgfältig. Ich freue mich auf nächste Woche, bin gespannt auf Ihre Lösungen und wünsche Ihnen einen guten Start in die zweite Hälfte des Semesters. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.